So, Marco, es wehrt sich und hat jetzt eine Checkquote weiterhin von 100%, 2 von 2, Wahnsinn. Wann gibt es denn ein Sticker-Album zur Online-LED-League? Ja, ich meine, du kannst dir natürlich so einen Autogrammkartensatz kaufen und dann machst du dir ein Album selbst dazu und klebst dir dann da rein. Das wird auch versteigert. Verlost, ja Basti, ich weiß, Entschuldigung. Wette ist aufgelöst, vielen Dank dafür, Basti. So, könnt ihr mir erst eine Möglichkeit zum Match werden hier. Jo, ein Dart of Tops, so ist es. Das war's, Luti, hallo. Hallo, hallo, Vorsicht mit diesen Ausdrücken. Ja, ich bin hier, hallo, und wir sind alle hier. Ja, da haben wir wirklich Glück gehabt, sehr schön. Das war's für mich. Ja, da haben wir Chile.